Ich hätte noch mal Lust, den Phoenix Support zu spielen. Ich hätte noch mal Lust, den Phoenix Support zu spielen. Ich hoffe, sie funktionieren besser als Kunkas. Definitiv. Check an out auf jeden Fall. Nicht gegen die Ulti, aber... Ich hoffe, die Möglichkeiten in der Ulti-Myth. Ich hoffe, sie hat eine Univ-An-Attack und ein weiteres Gegenstand. Anreise der Attack-Rate. Check an out. Unvulnerable für die Duration. Also nein. Also nein. Außer er hat... Uniform mit Scotty. Dann... Oh, nein. Unvulnerable. Das wird wahrscheinlich nicht... Ja, nicht als Debuff. Es ist nur... Er ist invulnerable. Also dürfte nichts bei ihm wirken. Also ist das ein... Gute Frage. Achso, ich sollte noch den Kräuer holen. Da noch einen. Dann habe ich meine Kohle ausgegeben. So, damit wir es noch... Ja... Ich hätte jetzt noch einen abgeben können. Ich hätte den Schaum aufs Sniper gewechselt. Oh, shoot. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass die ein Watch stellen. Oh, weiß ich noch nicht genau. Aber also dann ein Watch. Weil einfach die Gepard... Gepard richtig, dass Parche sich anschleicht. Und ich meine, ich kann mich auch noch anschleichen, also... von daher... ... ... ... ... auf jeden Fall den Dive versuchen. Length. Komisch ist einfach, dass ich nicht die... ... 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 Wo komme ich damit hin? Au. Au, will er reingehen und callen? Au. Au, will er reingehen und we're clear for running! Ehh! Dang it! Boah! Übel! Aber hat nicht die Counter-Helix? Das ist ein bisschen strange. Das Problem ist, wenn Jakiro mich jetzt erwischt. Wiedernige Drecksau. So. Ich würde ja gern diven, aber irgendwie... ...HP kommt. Ist das denn von Max oder einfach nur von meinen HP? Lass mich den Deny bekommen. Hm. We have first blood. Last of my kind, but first in this. Hm. W- Oh! Another... What the hell water gewartet? Wo hat der... Ich glaub's einfach nicht. W- 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 jetzt nicht wundern wenn die hier noch wo sie haben das für ein century ausgegeben damit kann ich gerade nicht da hätten Was ist das? Oh nein. Was hat er angestellt? Wo hat er sein... Oh mein Gott, der hat es schon wieder geworden. Was haben die denn... Was zur Hölle haben die da? Ja... Folgen mir nicht. Stimmt, das war ja nicht mehr... Sie haben schon wieder irgendwas gebrodelt. Ich bin draus, was es ist. Ich werde nie im Leben da lang. Ich werde schon da den... Ich werde wahrscheinlich genau da an die Spitze legen gesetzt. Weil jetzt keine... Nicht viele andere möglichen können, aber aus denen da hinzusetzen, wenn ich... Okay. Jetzt könnte er natürlich da eingesetzt haben. Ich weiss nicht, was ich im Moment malen soll. Was... 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 Nicht mal. Bleiben. Ach, jetzt habe ich sie wieder vergeigt. Ja, ja, ja. Halt. Oh Mann, ich hasse es, ey. Unglaublich. Noch mehr, mehr Death. Ah. Dominating Prawn. A double soldier. Oh, not morally or anything. You're just gross. Oh, fuck off. Das Spiel ist doch voll am Arsch. Ja, ist gut. Oh, shit. Your top tower is under attack. Dammit. Oh, shit. Come on, Ocean. Like a moth in a plane. What? Oh, shit. Oh. 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 Und da ist Axe. Das ist Damage. Ich meine, wenn er alleine ist, kann man ihn noch ein bisschen auf Abstand halten. Will er wieder mich haben? Oh, der hat seine Tranquilis. Ich bin so am Arsch. Oh, Mann. Ja, kann man doch sprechen? Soll ich so? Oh. Der hat Haste. Wie willst du den treffen? Warum ist der überhaupt... Oh, komm schon. Wirklich? What the hell? What the hell? Wie kann Juggernaut? Stimmt, Litch ist irgendwo noch. Is that a Mirage? Oh, motherfuck. Axe ist hier. So, I'm not a bitch. Oh, das ist hier. Oh. Oh. Das ist 5 mal. Drunk King ist da. Oh, mir ist das Vision oder was? Damit man. Ich glaub's nicht, Mann. Oh, komm. Das ist sehr hilfreich. Reicht aber nicht aus, weil der schon Level 6 ist. Wow. Und ein Mutual hat ihn gekillt. Ja. Ich... Ich steht 18-4. What? What? Nie im Leben hat er mich einfach so gesehen. Was zur Hölle? Ah ja, meinst du, ich will nicht, hä? Wir haben hier immer noch Vision. Wann müssen die hier Vision haben? Katzen. Hallo. What the hell? Warum? Seit wann gibt's da eine Ecke, wo man draufklicken kann? Wie nicht? Ah. Naja. Definitiv haben die Vision. Ja, das ist gut. Yo, ist gut. Keine Fresse. Sass jetzt. Shit. Ah. Ich fühl mich so was von verarscht gerade. Ich fühl mich gerade so was von verarscht. Das glaubst du nicht. Ach, komm. Ich brauch fünf, sechzehn Minuten für meine Boots. Hab ich auch noch nicht gelebt. Hab nicht mal großartig Wars gekauft. Juggernaut. Juggernaut. Alter. Ich will jetzt noch gewinnen. Da brauch ich aber auch noch. Oh, ich ne un-un-contested Supernova. Oh, ich ne un-un-contested Supernova. Ansonsten, äh. Okay. Oh, ich ne un-un-contested Supernova. Oh, ich ne un-un-contested Supernova. Guts. Ach, fuck off. wir haben die geblockt das camp geblockt es gibt es ist es ist es 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 Geronaut farmed hier, da ist... Oh, shit, man. Oh, komm schon. Ich hab nichts, Junge, ich hab nichts. Something bad is happening to your top tower! Die structures are fortified! Meine Fresse... Was? Wieso ist... Wie zur Hölle ist mein Sentry da verschwunden? Ich glaub's nicht, die blocken hier echt alles. Das ist doch unglaublich, die blocken die Käpt'n. Die blocken die Käpt'n? Und ja, die haben all... Oh, shit! Oh, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung wo ich die 1000 hab, hab ich bei den Kills so viel mit abbekommen. Und ich bin tot. Fuck man. Oh mein Gott. Ich bekomm wenigstens etwas vom... Oh, er hat Monkey King gekillt. Woah. Genius. Ah. Oh. Hm. Jetzt kein Dive, das ist ein bisschen doof. Aber es ist einfach... Oh ja. Auf jeden Fall haben sie den... Dewarded. Bedeutet, sie haben da oben ein Ward stehen. Nein, haben sie nicht. Sie haben einfach so die Warded. Was zur Hölle soll... Nein, er ist natürlich wieder im passenden Moment. Oh, for God's sake. Hier ein Ward. Da garantiert ein Ward stehen. Den Sentry, ich weiß nicht wie sie den gefunden haben. Aber irgendwie haben sie den gefunden. Oh ja. Oh ja. Oh. Oh, Bounty. Gold for my armor. Oh. Oh, Monkeys. Oh, okay. Äh. Ich hab' ich das Gold-Talent. Aber nicht wirklich was bringt. Oh. Monkey. Monkey is there. Oh. Faa- Was? What? Oh, come. Fuck, Mann. Oh, fuck, man. Oh, shit, man. Oh, damn it, das ist echt nicht mehr normal. Wunder, dass wir das andere gewonnen haben, aber... Oh, nein, das war's. Whoa, 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 whoa. Oh. Awww. Ah ja, wunderbar. Oh, habe ich mich tatsächlich vertan? Oh, kann ich jetzt dewarden? Oh, das war so. Oh, okay. Oh, das ist so strange. Oh, shit, shit, shit. Oh, wir haben zwei erledigt. Okay, da ist was gespawnt, da ist was gespawnt. Boah. Boah. Ne, überhaupt ist die ganze Zeit ein spanisches Zeichen. Oh, okay. Oh. Oh. Und ich bin am Arsch. Wow. Wow. Oh. 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 What the fuck. Das ist auch das Beste, den anzugreifen, wenn er gerade einen, ich weiß ja nicht. Das heißt jetzt der deine BKB gebrauchen, aber nein. okay okay da ist da shit Oh shit! Oh shit, im Ernst? Dammit. Ugh. Elf Pod. Elf Pod. Oh. Na ja, wenn Juggernaut nicht mehr trifft und Monkey King... Invisibilität! What do you want? Smart damage. Oh shit! Ah, was meinst du, was ich vorhabe? Drecksau. Unglaublich. Jedes Mal wieder dasselbe. Keine Mauter. Einfach nur für den... Oh. 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 Das ist ein Witch. Ich... ... 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 Ah, warum hat da nicht einer früher dran gedacht? Oh. Okay. Ah, wot? Ah. 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 Tja. Defend your agent! What he said! Sun over the warrior! Radiant wind! Ah. Alle waren schuld. Ah. 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 Ausgerechnet eine Ex-Jakiro offline nehmen. Ah. 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 Michaelses drunter. I mean. So ist sie da, was sie kannst! Am Ende simmen 4-8 Sniper und 5-10 Troll. ich weiß ja nicht und ich weiß auch nicht wie ich ihm hätte jetzt anders helfen können als noch mit einer radians dazu weil uns hat der mensch gefehlt bis jetzt gebraucht aber ich weiß nicht wie wir hatten wir fahren meist teil vom game das waren es noch zehn minuten an der mail stream gehabt ja kann man ja gucken juggernaut javlin nach dreieinhalb minuten mit einem wand und quelling blade gestartet heißt dem ist und und quelling blades er hatte nicht viel von seinem startgeld übrig er hat in javlin ein magic wand rezept geholt ein magic wand bekommen hat sich die boots gekauft nach vier minuten hat er bei neun minuten ein wraith brand gehabt und bei knapp zehn maillstrom hat dann acht minuten nur gebraucht ein mantas teil okay das ist ein bisschen wird sagt ihn je nachdem obwohl mit battle free ist dann bei zehn minuten später hat ein butterfly dann es ist und unser party hat eine ring bei vier minuten boots bei fünf okay hat seine tränkel boots zur selben zeit wie ich und ich habe keinen farm abbekommen keine levels ein gar nichts kämpfen geblockt aber hat eine blade mail bei 30 minuten der hatte zwei items wo es dem sein farm von 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 16 bis 33 minuten wo es ihm sein farm dass das ist eine blade mail für was 1000 1200 kostet nee gar nicht 2000 50 oder so naja ich hatte vor ihm ein sacred relict für 3800 lang nicht mehr so einen schlechten party erlebt